Wir hoffen sehr, dass die freien und friedlichen Wahlen zur Präsidentschaft jetzt auch zügig zu einem von allen nachvollziehbaren und akzeptierten Ergebnis führen werden. Und dass mit einer starken afghanischen Regierung dann auch die Gespräche, die Friedensgespräche fortgeführt werden können. Wir sind der Auffassung, dass ein Friedensgespräch und ein Friedensschluss auf jeden Fall die afghanische Politik, die afghanischen Verantwortlichen mit einbeziehen muss. Deutschland und Afghanistan verbindet eine Freundschaft, die sehr tief ist. Die Friedensgespräche, die die Vielen Dank.